Unter welchen Umständen können sich denn Aktienrückkäufe für Unternehmen überhaupt lohnen? Also erstmal vorweg, Aktienrückkäufe bedeutet ja, dass die Unternehmen eigene Aktien, ihre eigenen Aktien zum aktuellen Börsenpreis aufkaufen, zurückkaufen. Sie können sie anschließend dann einziehen und damit den Gesamtbestand an Aktien verringern. Das ist so, als ob die Aktien vernichtet werden. Oder sie benutzen die Aktien als Währung. Als Währung beispielsweise, um eigene Mitarbeiter zu entlohnen, um andere Firmen zu kaufen. Aber sehr viel häufiger und vor allem großvolumiger ist die erste Variante, also das Einziehen, gewissermaßen das Vernichten der Aktien. Wenn ich den Gesamtbestand verringere, dann habe ich weniger Aktien im Angebot, was gut für den Kurs ist, weil ich ja praktisch Aufkäufer bin von diesen Aktien. Zudem verteilen sich auch künftige Dividenden auf weniger Aktien. Also es gibt mehr Dividende pro Aktie. Und das ist für Anleger und Anlegerinnen gut. Und das ist für Anleger und Anlegerinnen gut.